Die Innovation Days sind die Möglichkeit, teamübergreifend an Projekten zu arbeiten, die ein bisschen so out of the box sind. Das heißt, man kann wirklich mit Leuten, die aus dem Tourismus kommen, Leuten, die Data Science machen, Leuten, die Programmierer sind, aber auch die aus dem Marketing kommen, zusammenarbeiten und zusammen auch wirklich was auf die Beine stellen. Ich denke, es ist eine große Möglichkeit, neue Leute zu treffen, um deine Teams rauszukommen und zu anderen Leuten zu sprechen und zu involvieren, um zu fokussieren, was interessant ist und sinnvoll ist. Ich finde es einfach total cool, weil du diesen kurzen Zeithorizont hast von drei Tagen. Das heißt, man hat erstmal ein Brainstorming, macht erstmal auf, aber dann wirklich fokussiert, jetzt zum Ziel kommen, da wollen wir hin und das in der Gruppe zu entwickeln, ist eine coole Sache. So you've got three days to achieve something. Da fangen Leute an, Sachen zu designen, zu texten, zu programmieren und das ist einfach super. Das Besondere für mich bei den InnoDays ist, dass ich, die ich normalerweise im administrativen Bereich arbeite, auch mal reinschnuppern kann in die Bereiche von Produkte und IT, mit denen ich eigentlich sonst eher inhaltlich wenig zu tun habe und ich bin neugierig, faszinäre Tätigkeit ist und kann einfach schnuppern sozusagen. In verschiedenen Teams sind verschiedene Stärken. Wenn die zusammenkommen und konkret an einem Projekt arbeiten, da ist ein Riesenpotenzial und es macht richtig viel Spaß. You change away from your normal environment and it re-energizes you and then you're ready when you come back to work to bring all that good stuff back into your teams as well. Man braucht Mut, auch Ideen, die vielleicht absurd klingen oder die vielleicht nicht konsensfähig erstmal sind, dass man die weiterverfolgt. Und egal, ob du Praktikant bist oder irgendwie schon Mitarbeiter seit zehn Jahren, jeder ist irgendwie Teil des Teams, jeder ist gleichwertig und kann da seine Ideen irgendwie äußern und super. Ich glaube schon, dass das eine Holiday-Check-spezifische Sache in gewissem Maße ist, weil die Mentalität eh schon da ist, dass man so zusammenarbeiten möchte, auch ein bisschen so hierarchiefrei arbeitet. Ich glaube, darauf baut man durch dieses Konzept von Innovation Days gut drauf auf. Every company should have Innovation Days and invite people from other companies. And most of the time, I would like it to have it twice a year or something like that. Once a year at least, but twice a year would be nice. Hashtag Blick über den Tellerrand. Hashtag Innovation Days. Yeah, I think it's a great idea.